Jetzt kommt hier, Aschmell ist schon drinnen, Wasser oben rein, schauen wir mal was er sagt, unten sieht man die Kartoffeln Es könnte natürlich sein, dass die Schale runter geht, wenn die Kartoffeln nicht so gut geht Da haben wir ja verpasst und drücken Ich glaube es ist auch auf 30 Grad eingestellt Schauen wir mal Sie purzeln da ganz schön rum Weil sie natürlich schwerer sind als die Wäsche Aber wenn sie nachher schwimmen, sie schwimmen ja, dann dürfte es nicht mehr so gut sein Schauen wir mal, noch etwas Wasser nach Schauen wir mal, was dann passiert Wir haben noch nicht genug Wasser, dass sie schwimmen Schauen wir mal, was dann passiert Und jetzt nachher Wir haben noch ein Appart, was jetzt draus wird.